Dresden hat die älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Es ist das Beste, was Sie sehen konnten. Das Schönste, für mich allerdings, ist das Schönste, dass Majestät hinterherhielt. Das gefällt mir. Und er hat es schwer, er wird nicht mehr... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Die Songkamp heißt immer noch Jackpot. Wir hatten leider keinen Platz für unser Poster hinzukommen. Hänger, ich muss ihn also ab und zu mal so sagen, wie es Orchester heißt. Mit der Hoffnung, dass Sie das verstehen. Also die Band heißt Jackpot. Wie heißt die Band? Jackpot! Heute bin ich wieder auf meinem Schiff und natürlich bin ich interessiert, was den Gästen besonders gefällt. Sie tanzen, sie singen, sie sind vergnügt, wie zu Zeiten Augustes stark. Es gefällt mir sehr gut. Die Musik ist grandios, die Musik ist vielleicht ein bisschen lauter als in früheren Zeiten. Damen sind nicht so aufwendig gekleidet. Die Herren, man bescharen, lässt etwas zu wünschen übrig, aber man lernt und man verhält sich doch so, dass es uns hier sehr gut zu gefällt. Und dass wir auch im nächsten Jahr sicher wieder auf diesem Schiff zu treffen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018